Hallo, ich war kürzlich in Berlin und habe dort im Comedy Club Kukabura, in der Schönhauser Allee, die offene Bühne moderiert, die da jeden Sonntag um 19 Uhr ist. Jeder, der möchte, kann auftreten, jeder, der möchte, kann sich's anschauen. Und bin auch bald wieder da, nämlich am 9. Oktober, da moderiere ich dann wieder die offene Bühne im Comedy Club Kukabura. Aber was viel wichtiger ist, ich bin auch in Berlin mit meinem Solo-Programm in der Ufa-Fabrik am 12. und 13. Oktober, 20 Uhr. Geht hin, schaut auf meiner Webseite www.manuelwolf.de nach, wo ich auftrete und so. Wolf.de, jetzt sind schon 45 Sekunden rum und ich konnte gar nicht erzählen, was ich erzählen wollte. Ähm, ja. Also Comedy Club Kukabura. Und ich hab mir mal überlegt, warum heißt der Kukabura? Hat man da mal drüber nachgedacht? Kukabura ist dieser australische Vogel. Kukabura in Deutschland wieder auch der Lachvogel genannt. Er ist verwandt mit dem Eichelheer und mit dem, ähm, hier mit diesem Taucher, Fischer, Taucher, Taucher? Also jetzt nicht Taucher in so einem Taucheranzug, der im Meer schwimmt, äh, auch mit so einem, also so einem Vogel, ähm, Eisvogel? Nein, keine Ahnung, der so blau und gelb ist und halt so ins Wasser taucht und dort die Fische fängt. Also jetzt kein, also jetzt, ja, also nicht im Meer, sondern halt in, in Deutschland, ähm, ja. Also der Kukabura, äh, der heißt auch Lachvogel. Und warum? Weil er, weil sein, weil sein, äh, Piepen, sein Krähen, sein, was machen denn Vögel? Sein Gackern, sein, 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 sein Chirpen, ähm, so, so, so klingt wie ein Lachen. Hm, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil, äh, die Musterung an seinem Gefieder quasi dazu führt, also er hat hier den Schnabel, ja, und dann ist quasi, also die Linie zwischen den beiden, beiden, äh, Schnabel-Teilen. Und, äh, äh, dann geht sein, die Musterung an seinem Gefieder geht noch so ein Strich so, sodass es also aussieht, als ob er immer lächelt, wie so ein Clown, ja. Und deswegen heißt er der Lachvogel. Ja, es gibt nur ein einziges Tier, bei dem das noch so ist, und zwar, äh, ist das, äh, bei Delfinen. Delfine haben halt auch so hier den, 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 Schnabel, Schnabel, Gefieder, Delfinengefieder und der, in der Musterung ihres Felles, der Musterung der Haut des Delfines, da geht's dann auch so hoch und deswegen sind die Delfine immer gut gelaunt. Also sie sehen jedenfalls so aus. Ja, also jetzt nicht wie Kookaburra-Vögel, sondern halt wie, als ob sie immer gut gelaunt sind, immer fröhlich, immer freundlich. Ach, die Delfine, so intelligente junge Burschen, die wollen wir doch um uns rum haben, Delfine sind so toll. Ja, 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 aber jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre andersrum. Also nicht wir hätten sowas drauf, sondern Delfine hätten keine, kein, kein Strich nach oben, sondern Strich nach unten. Und sehen immer traurig aus, traurige Delfine. Das wäre dann was ganz anderes, wenn die durch die Reifen springen und, und, und die Saltos machen und sowas und immer dabei traurig schauen. Dann wird man mal verstehen, vielleicht das, also irgendwas wird man verstehen. Ähm, aber was? Dann geht's. Dann geht's.